Wir, die fünfte Film- und Multimedia-Art der Orteinschule Graz, haben uns etwas ganz cooles für euch überlegt. Auf der blinkenden Fassade sind verschiedene Symbole versteckt und es geht darum, dass du es schaffst, ein Foto davon zu machen und es mit deinen Freunden in deiner Instagram Story zu teilen. Markiere zusätzlich das Kunsthaus Graz und benutze den Hashtag PictureHunt. Mit etwas Glück gewinnt sie einen coolen Preis für das Kunsthaus Kaffeein.